Da habe ich eigentlich schon eine Lösung, weil den Weg, den könnte man nämlich schon ab hier machen. Und dann können wir wirklich schon bis dort rüber. Hier alles über dem Wasser. Ich werde erst mal das ganze Inventar erst mal lernen hier. Jetzt habe ich das ganze Zeug von irgendwo dort drüben CR gebracht. So, wo haben wir denn die? Super, hier ist alles voll. Waren wir auch schon lange noch mal hier gewesen. So schon wieder ein Weilchen her, Leute, ne? So schwer ein Weilchen her. So. Wir werden erst mal das ganze Inventar erst mal lernen. Und jetzt brauche ich viele, viele, viele Pflastersteine. Huch. Ist ja immer eine Schneeballe hier. So. Jetzt brauche ich viele, viele Pflastersteine, Leute, ey. Das kann ja jetzt was werden. Dass wir schon mal ein bisschen was anfangen können. Ich habe doch irgendwo Treppen gehabt, oder? Brauchen wir überhaupt Treppen? Ich will es jetzt gar nicht. Das können wir dann irgendwann mal später machen. Jedenfalls müssen wir jetzt uns hier Pflastersteine nehmen. Jede Menge. Hier haben wir noch einen Schneeball. Den Klatsch stehen wir hier mal dran. Ah, hier haben wir auch noch Treppen. Sehr schön, gut zu wissen. So, hier können wir schon mal anfangen. Mit dem Ganzen. Ach ja, da habe ich mir ja was eingebrockt. Schon wieder hier. Hervorragend. Aber ich weiß nicht, warum wir das dann... Hm. Na gut, verbreitern kann man das ja dann immer noch. Das ist klar. Aber erst einmal... Boah, das tut mich voll aufstoßen. Aber erst einmal... ...müssen wir hier einen Anfang finden. Das heißt also, dass wir jetzt ununterbrochen jetzt den hier machen müssen. Ja, das werden jetzt langweilige Folgen werden. Es tut mir wirklich leid. Aber ich muss noch gucken, wie in den Koordinaten hier, damit ich auch weiß, wo ich bin. Sonst wird das alles nix. Ja. Also wie gesagt, das wird jetzt bestimmt einige Folgen zu gehen hier. Indem ich jetzt hier schon mal den hier mache. Immer Stein für Stein, Klotz für Klotz. Und es geht hier wieder in Richtung Höhle. Gott, da gibt es keine Wassersteine mehr. Und ich bin jetzt natürlich ertrunken hier. Ist nicht so schön. So. 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 jetzt habe ich das auch noch vergessen, ich wollte ja noch los da noch, ach verdammt das hätte ich doch beinahe noch verpasst hier ich nehme hier auf und nehme hier auf und dann vergesse ich das wesentliche, das ist auch nicht so gut na gut, die Folge mache ich nochmal schnell fertig hier und dann ja, muss ich natürlich nochmal schnell los boah, habe ich das gar üppst verpeilt schlimm schon ja so, und jetzt könnten wir uns hier eigentlich eine Brücke bauen bis da drüber aber ich muss nochmal schnell was gucken, ob das wirklich so richtig ist, ich bleibe jetzt mal so hier mache ich mal hier nur geradeaus, schnurrstacks geradeaus ob ich darüber auch meinen Weg komme, den ich da geschustert habe ich schwimme jetzt mal dort drüber und schau mal naja, dort hinten sehe ich es schon da müssten wir ja eigentlich dann genau da hinten kommen ich hoffe, die Rechnung geht so auf ich hoffe, dass die Rechnung so aufgeht genau, hier oben habe ich glaube ich gekramt, oder? Kann das sein? wie gesagt, ich gucke jetzt doch mal schnell hier in der Hoffnung, dass das alles so stimmt aber es muss ja genau, hier sind die ganzen Schneebälle wie er kein Mensch braucht aber genau hier da mache ich mir und dort hinten ganz genau da werde ich mir solche kleinen Markierungen mal hier setzen weil das würde nämlich noch eine ganz große Arbeit werden hier genau hier ist dann der nächste Weg ich setze was denn hier und jetzt werde ich mir hier noch sowas setzen als Markierung ist wirklich nur eine Markierung mehr ist das nicht und dann werde ich schon mal anfangen hier die Brücke zu bauen wie gesagt, ich wollte mich jetzt nur noch mal vergewissern ob das jetzt wirklich so stimmt weil wir müssen ja erstmal auf diesen Weg ja kommen und auf den kommen wir definitiv also können wir uns die Brücke bisschen drüber bauen das können wir echt machen das ist hervorragend also wieder zur Brücke wieder zurückkommen dass ich schon mal anfangen kann zu bauen und dann verziehe ich mich erstmal ganz kurz und werde dann später weiter aufnehmen auf jeden Fall wie gesagt, heute will ich mal richtig richtig durchziehen mal hier und mal einige Folgen mal runter klatschen hier und ein bisschen weiter kommen hier warum hängt immer mein Aufnaheprogramm ich mag es nicht mehr so auf gehts hier rüber na gut, bevor die Zeit abläuft naja, bis dahin werde ich es nicht mehr schaffen aber wie gesagt, ich muss dann erstmal los ich komme dann später wieder und dann geht es natürlich auch weiter hier in Minecraft mal gucken, wie weit ich jetzt noch komme in dem Part hier und dann müsste es da glaube ich hinhauen naja, vielleicht werde ich mir irgendwo noch was zu essen auftreiben dann noch aber es gibt irgendwelche Rahmenstehen da kann man sich immer irgendwie schnell mal was holen da passt die Sache schon ne, Voraufnahmeende weißt du mich nicht schaffen ne, schaffe ich leider nicht mehr gut dann sage ich erstmal bis später und bis dann und wir sehen uns wir sehen uns zum nächsten Mal